Jesus gab uns ein Gleichnis über ein ganz besonderes Netz. Es wird Fischernetz genannt, eigentlich im Englischen ist dieses Wort Dragnet, also Schleppnetz. What happens, the dragnet falls almost to the very bottom of the lake. Und ein Schleppnetz funktioniert so, dass es bis fast auf den Grund des Sees hinuntergelassen wird. Und während es nach unten sinkt, kommt dann so ein Fischschwarm. Und die werden in dem Netz gefangen. Und dann ziehen sie dieses Netz. Und das Netz wird entweder in das Boot gezogen, wenn sie in der Nacht fischen. Und die Menschen in Galiläa haben herausgefunden, dass es sich in der Nacht am besten fischen lässt. Und deswegen fischen sie in der Nacht. Und sie fischen die ganze Nacht und ziehen die Netze in das Boot. Und dann in der Morgen, und am Morgen, werden diese Netze dann auf dem Strand ausgeleert. Und das sieht dann so aus wie hier. Und Jesus erklärte, Es gab eine Zeit, da habe ich in in New Orleans gedient. Das ist zwischen Baden-Rouge und New Orleans. Dort, wo dieser Wirbelsturm Katrin war und es ist immer noch viel Zerstörung dort. Ich habe dort vor vielen Jahren gedient. Und ich war bei vielen verschiedenen Pastoren zu Gast. Einige sind sehr berühmt und einige sind gefallen. Einer war Pastor Gorman in New Orleans. Er hatte eine große Gemeinde. Er hat sie immer noch. Jetzt haben seine Kinder diese Gemeinde übernommen. Freunde und er war derjenige, der über Jimmy Swaggart erzählt hat. Und er hat über Jimmy Swaggart erzählt und zu jener Zeit war er groß. Jetzt ist es da gefallen. Vielleicht kennt ihr ihn nicht, diesen großen Evangelisten, der zu vielen Millionen Menschen geredet hat. Aber mit diesen Menschen war ich zusammen. Wer zum Beispiel Jesse Duplantis kennt, mit ihm war ich auch zusammen. Meine Versammlungen waren größer als seine. Wir haben in den selben Orten gedient und zu meinen Versammlungen kamen mehr Menschen als zu seinen. Heute ist er Multimillionär, er ist groß, er ist auf der Telefon, überall auf der ganzen Welt zu sehen. Ich wollte aus meinem Dienst keine Karriere machen, der Herr hat mich davon weggenommen. Aber ich gebe euch trotzdem diesen Hintergrund. All diese Menschen kommen aus Louisiana, Jesse Duplantis ist in Louisiana geboren. Und Namen wie Mike Murdoch, der ist auch aus Louisiana. Mit den Menschen war ich also zusammen. Und dann hat mich der Herr woanders hingeschickt. Nicht, dass ich nicht mehr Kontakt mit ihnen haben könnte. Aber es waren die Wege des Herrn so. Und so haben mich diese Pastoren da in verschiedene Restaurants eingeladen. Und sie sagten, das ist hier köstlich und das ist wunderbar zu essen. Und ich fragte, was ist das denn? Das sind hier Froschschenke. Und das ist, wie heißt das Zeug? Solche kleinen, wie heißt das? Like eine Krawette. Krabben, ja. Krabben. Und das ist Krokodilschwanz. Das war das Buffet, was es da zu essen gab. Jesus hat gesagt, esst, was sie euch vorsetzen. Stellt keine Fragen. Und dann, zu allem Überfluss, trinken sie noch keinen Alkohol. Ich meine, wenn man diesen ganzen Müll da isst und das dann mit Schnaps desinfiziert, dann geht es ja noch. Aber sie waren so heilig, da gab es keinen Alkohol. Und deswegen ist es kein Wunder, dass da so viele Heilungsdienste waren, weil die alle krank waren. Und die Kosten der Medikation sind sehr hoch in den USA. Sie haben keine zentralen Medikation. Ich meine, die medische Versicherung. Und die Krankenversicherung in den Staaten ist sehr teuer, weil es da keine so zentrale gibt wie in Europa. Denn wenn es da eine zentrale Krankenversicherung gäbe, dann nennen sie das Sozialismus und das will keiner in den Staaten. Da gibt es also eine Menge kranke Leute in den Staaten und wenn sie krank werden, dann gehen sie bankrott. Und die Schulden ihrer Krankheit, was die Ärzte kosten, und das überlassen sie dann ihren Kindern. Es sollte nicht so sein, aber es ist so. So, die jüdischen Menschen, die wussten schon, was schlecht und was gut ist. Gott hat gesagt, dass all diese Dinge, die es da in Louisiana zu essen gab, und Gott hat gesagt, dass all diese Dinge, die es da in Louisiana zu essen gab, dass die nicht koscher sind, dass man so etwas nicht essen soll. Das ist nicht schlecht an sich, sondern für uns ist es schlecht. Für unseren Bauch ist es schlecht. Man kann es schon mal essen und dann hinterher ordentlich desinfizieren mit Schnaps, aber wenn man das jeden Tag macht. Und das ist aber das, was sie machen. Seit Kindheit, von Kindheit an essen die solche Dinge. Und es stört sie nicht. Aber jetzt ist ein bekannter Prediger in den Vereinigten Staaten. Er ist der Freund von einem Arzt. Und es war kein jüdischer Arzt. Aber dieser Arzt sagte zu diesem Prediger, Schwein ist nicht gut für dich. Und er sagte ihm, das was du isst, deine Diät ist völlig falsch. Und er hat diese neue Diät für diesen Evangelisten vergeistlicht. Woanders kann dieser Mensch gucken als in der Bibel. So they say, yes, we will take the law, we will not take the letter of the law. We will just take what is good in the law. Und sie sagen dann, ja wir werden natürlich nicht den Buchstaben des Gesetzes nehmen, aber das was gut für uns ist, aus dem Gesetz, das nehmen wir jetzt. Wir werden also nicht den Fluch des Gesetzes auf uns laden. Aber das sind einfach alles falsche Interpretationen, aber die Menschen leben damit. Und da hat ihm dieser Arzt nichts anderes verschrieben, als ein koscheres Essen, eine koschere Diät. Sein Cholesterinspiegel war irgendwo und sein Blutdruck, den konnte man nicht mehr messen. Und als er anfing koscher zu essen, hat sich alles stabilisiert. Und da hat er gesagt, Mensch, da kann ich Geld damit verdienen. Und er hat einen großen Einfluss, Millionen Menschen sehen ihn im Fernsehen. Und er hat ein großes Buch daraus gemacht. Und er hat es für viel Geld verkauft, egal ob es nun 180 oder 80. Und die Menschen kaufen das, weil alle die gleichen Probleme haben. Und da ist nichts falsch dran. Denn sie haben jetzt wenigstens den Preis für etwas bezahlt, was man auch in der Bibel finden kann. Aber es steht in der Bibel schon mehrere tausend Jahre. Aber in der Bibel haben sie es nicht gefunden, jetzt haben sie Geld dafür bezahlt. Und das ist in Ordnung. Und wir waren mit einem anderen Pastor in der Kirche und er hat es nur geordnet. Und er hat es gekauft, weil ich das gleiche Sache brauche. Und er, ich war in einer anderen Gemeinde und da hat dieser Pastor auch dieses Buch gekauft und er hat mir eins davon gegeben. Und es heißt hier, dass sie geschaut haben, welche Fische gut und welche Fische schlecht waren. Die Fische, die Schuppen haben, die sind gut. Selbst wenn diese Fische, solche Fische sind, die alles essen, also Mülschlugger. Ein Karpfen zum Beispiel. Eats everything, just like Catfish. Da ist alles, wie auch ein Wälz alles ist. Carp. Ein Karpfen. Ein Karpfen ist alles, so wie auch ein Wälz alles ist. Aber ein Wälz ist nicht koscher, während ein Karpfen trotzdem koscher ist. Carp hat scales. Weil ein Karpfen Flossen und Schuppen hat. And Catfish doesn't. Aber ein Wälz hat keine. Und die Wissenschaftler versuchen herauszubekommen, was der Unterschied ist. Alle beiden Fischsorten sind Müllschlugger. Aber dann haben sie herausgefunden, dass jedes Geschöpf, das nicht durch die Haut atmen kann, ob es Fisch oder Tier ist, dass in der Bibel geschrieben steht, dass die nicht koscher sind. Das war eine wissenschaftliche Entdeckung, die schon seit mehreren tausend Jahren in der Bibel steht. Ein Schwein atmet nicht durch die Haut. Und Schweine essen alles. Und alle Unreinheit und alle Gifte bleiben in dem Schwein drin, und zwar unter der Haut. Im See Genezareth gibt es ganz viele Wälzer. Und die Wälzer machen, dass die Oberfläche vom See Genezareth sauber bleibt. Und wenn sie also dort fischen, dann fangen sie eine Menge dieser Fische. Und sie ziehen alle an den Strand. Und dann fangen sie an zu sortieren. Koscher, nicht koscher, koscher, nicht koscher. Und dann sagt Jesus auf einmal, am Ende dieses Zeitalters, wenn die Engel kommen, die werden dann aussortieren, wer ist gut und wer ist schlecht. Nur Gott weiß, wer gut und wer schlecht ist. Wir können das nicht. Wir wissen es nicht. Aber vorher wird aller Fisch zusammengesammelt werden. Also gibt es verschiedene Sorten, nämlich die drei Typen oder Sorten Mensch. Wir haben die Schlechten, die Guten und die Neutralen. Das Feld ist neutral und das symbolisiert der Strand. Der schlechte Fisch symbolisiert die Tares. Der schlechte Fisch wird von dem Unkraut symbolisiert. Und der gute Fisch sind die Söhne und Töchter Gottes. Das heißt, wir sind die gute Saat und wir haben uns selbst in andere Menschen hineingesehen. It is, by God, everything is oneness. Oneness. Bei Gott ist alles eins. Einheit. In chapter 13 of Matthew, he gave us the parable that a sower comes and he sows the seed. And you know, one fell beside the water, a road, one fell on the stony ground and so on and so on. Ja. Im 13. Kapitel vom Matthäus-Evangelium gibt es dieses Gleichnis von dem Seemann, der Seete und ein Teil fiel neben die Straße, ein Teil fiel auf die Steine, unter die Thornen und die Vögel haben sie aufgepickt. Wir werden da später noch mal drüber reden, nicht heute. Aber es redet, dieses Gleichnis redet davon, dass der Seemann ein Sohn Gottes ist. Und er sagt, ich und mein Vater, wir sind eins. Und ich bin die gute Saat. Und ich sehe die Saat. und durch die Saat, die vom Himmel kommt, sehe ich selbst mich in euch hinein. Und wenn du etwas von mir nimmst, was in dir hineingelegt ist und dich in andere hinein sehst, dann tust du genau dasselbe. Das erinnert mich immer an meine Mutter. Meine Mutter hat Kinder gerettet, die missbraucht wurden. Kinder, die missbraucht wurden von ihren Eltern oder die von Alkoholabhängigen Eltern kamen oder Waisen. Sie war Krankenschwester, hat in einem Kinderkrankenhaus gearbeitet. Sie war eine Schwester der Barmherzigkeit. Und dann sie würde sie waschen. Sie würde sagen mir, einige der Kinder hatten Läuse, die nicht auf dem Kopf waren, aber sie waren bereits unter ihrem Haut. Und sie lebten unter der Haut. Die Haut war und sie die Kinder dann gebracht und hat sie gewaschen und sie hat mir erzählt, dass manche so schlimm verlaust waren, dass die Läuse nicht mehr auf der Kopfhaut gelebt haben, sondern schon in der Kopfhaut sich hineingebohrt hatten. Die Kopfhaut hat sich dann bewegt. Als sie ihnen die Haare abgeschnitten hat, konnte man sehen, dass sich die Kopfhaut bewegt hat. Furchtbar. Und sie musste da in diese Haut hineingehen und die Läuse dort abtöten. Das erklärt mich, warum, weil das war die Krieg der Kriegsgeneration, die meine Eltern gelebt haben. Every month we would take everything in our bed outside and disinfect it and clean it and bring it to the house. At least every month including the mattress and everything. Und wir haben jeden Monat, mindestens einmal jeden Monat, unser ganzes Bettzeug nach draußen gebracht, haben es desinfiziert und erst dann wieder reingebracht. Denn was sie gesehen hatte, das war einfach furchtbar. Und sie wollte nicht, dass ihre eigenen Kinder auch so etwas leiden müssen. Als sie ihren Dienst an den Kindern getan hat, bemerkte ich, wie die Kinder sich verändert haben. Und als ich ein paar Jahre später sie wieder getroffen habe, diese ehemaligen Kinder liebten sie den Herrn und sie haben moralisch gelebt, sie waren heilige, rechtschaffende Menschen geworden und sie waren völlig anders geworden als ihre unmoralischen Eltern und Verwandten sie haben nicht mehr die Flüche weitergetragen die auf ihren Familien lagen sie haben geredet wie meine Mutter sie haben sich verhalten wie meine Mutter sie haben sogar gebetet wie meine Mutter ich habe sie angeschaut und konnte in ihnen meine Mutter sehen und 30 Jahre später habe ich die Offenbarung erhalten es ist nicht einfach nur dass die Saat ausgesät wird sondern wir sehen uns selber in das Leben von anderen Menschen hinein denn die nachfolgende das nachfolgende Gleichnis erklärt dass wir die Saat sind Gott ist eins und alles ist eins bei ihm wir konzentrieren uns immer auf kleine Informationsstückchen aber all diese Stücken leiten zu dem einen jedes mal wenn Jesus uns ein Gleichnis erzählt dann leitet das zurück zu dem einen immer wenn man die Bibel liest dann sollte man nicht aus einem Vers oder einem Buch eine Doktrin oder eine Theologie machen denn das ist nur ein Stückchen und wenn nicht zu dem Rest passt was machst du dann dann kann man nur noch das glauben und das andere ist dann falsch das war sehr seltsam als ich den Staaten gedient habe das sagt manche wir glauben daran nicht wir glauben nur daran sie waren alle Spezialisten auf ihrem Gebiet manche die waren sehr bewandert in Befreiung und manche hatten nur einen Befreiungsdienst oder einen nur Heilungsdienst oder dann gab es welche die waren nur Propheten und dann habe ich sie gefragt habt ihr schon mal darüber nachgedacht einen Jesusdienst zu haben da ist nämlich alles inbegriffen wenn es eine Notwendigkeit gibt zu prophezeien oder wenn es eine Notwendigkeit gibt zu heilen oder wenn Freisetzung gebraucht wird das ist nämlich nicht unser Dienst sondern es ist der Dienst von Jesus und eigentlich ist es nicht mal der Dienst von Jesus sondern es ist der Dienst des Vaters durch Jesus durch uns und dann zu denen und dann wieder durch die die wir berühren und alles leitet zurück oder führt zurück zu dem einen Gott alle Flüsse fließen in den Ozean und die Ozeane sind alle untereinander verbunden eins und Denken ist so wichtig im Königreich Gottes also denkt dran am letzten Tag wird alles in einem Netz zusammen gebracht werden und wir haben gesagt dass die Welt der Strand ist und dann sind die Kinder Gottes und die setzten sich hin und sammelten die guten Fische in Gefäße Jesus sagt die Engel werden das tun aber wir werden auch wie Engel sein es ist überhaupt nichts falsch daran zu sagen dass wir wie Engel sind oder dass wir schon teilweise wie Engel sind weil eigentlich waren wir alle schon einmal Engel Adam war auch ein Engel er wurde dadurch Mensch dass er einen menschlichen Körper bekam er war vorher im Himmel genauso wie ihr vorher im Himmel wart und ich im Himmel war ich glaube dass wir uns im Himmel schon kannten wir erkennen uns jetzt langsam im Geist nicht im Fleisch sondern im Geist wenn wir den guten Fisch suchen überall in der Welt und in Kontakt kamen mit Söhnen und Töchtern und viele Gemeinden haben sich angewöhnt die anderen mit Bruder oder Schwester anzureden obwohl sie in der dritten Person reden mit den Bruder das tun Aber es ist wahr wir waren alle schon einmal Söhne und Töchter Gottes im Himmel geschlechtslos Natürlich waren wir im Himmel geschlechtslos und wenn ich sage Söhne und Töchter Gottes dann ist das halt so dass auch die Frauen die jetzt hier Frauen sind im Himmel Söhne waren geistlich seid ihr Frauen auch Söhne denn Jesus sagte in der Auferstehung werden wir nicht mehr heiraten wir werden sein wie Engel Paulus sagte in Christus gibt es weder Mann noch Frau keine Geschlechter das heißt die Geschlechter sind zeitlich begrenzt also freut euch daran solange ihr das noch könnt also habt Spaß mit dieser Geschlechtlichkeit denn es wird eine Zeit kommen da werden wir alle Söhne sein das fleischliche Denken nämlich war folgendes denn die Pharisäer hatten sich da Gedanken drüber gemacht und haben sich gefragt wenn ein Mann gestorben ist dann war das Gesetz dass der Bruder dieses Mannes die Frau nehmen musste damit sie weiter versorgt wird also war sie dann die Frau eines zweiten Bruders dann wenn der gestorben war dann musste der nächste Bruder diese Frau auch nehmen dann hat eine Frau vielleicht drei oder vier Männer gehabt ganz richtig nach dem Gesetz und jetzt haben die Pharisäer gefragt wem wird diese Frau dann im Himmel gehören und dann feuert Jesus zurück und sagt ihr liegt da etwas daneben nicht etwas sondern völlig daneben wir werden dann nicht mehr Mann und Frau sein und Geschlechtsverkehr haben wie hier auf der Erde sondern wir werden dann geschlechtslos sein und das alleine reicht schon um die ganze mormonische Lehre also wie heißt das Ad Absurdum zu führen das ist so romantisch und man kann das natürlich in Liedern besingen aber es ist einfach nicht wahr meine Frau wird nicht mehr so dunkel sein im Himmel und ich werde nicht mehr so karl sein sie wird ein Sohn sein und ich werde ein Sohn sein warum denn in der Bibel heißt es nicht ihr werdet ein Geist oder eine Seele sein sondern der Bibel heißt es ihr werdet ein Fleisch sein und später ist es dann unsere Entscheidung ob wir auch eine Seele oder gar ein Geist werden und ich und meine Frau wir gehen in diese Richtung Aber es gibt keine Stelle in der Bibel wo heißt sie sollen ein Geist sein sondern es heißt in der ganzen Bibel egal ob altes oder neues Testament sie werden ein Fleisch sein Alles ist vergänglich und wir haben ein großes Spiel daraus gemacht wir haben da eine ganz furchtbare Sache daraus gemacht aus diesen ganzen sexuellen Dingen aber studiert einfach mal Jesus und ihr werdet herausfinden dass all diese Dinge einfach nur Stufen sind die zu etwas Höherem führen weil wir also nicht verheiratet wurden weil wir also im Himmel nicht heiraten werden und wie Engel sein werden werden wir auch keine kleinen Engel produzieren ihr werdet nirgendwo in der Bibel finden dass es kleine Engelchen gibt Engel haben keine Kinder weil sie keine Frauen haben und wenn Jesus sagt wir werden wie sie sein Halleluja praise the Lord so before we took this body on and became human beings Bevor wir also diesen Körper bekamen und Menschen wurden we were one as God is one because we are one in him waren wir eins wie Gott eins ist weil wir in ihm waren Aber die Liebe Gottes hat alle Engel durchdrungen. Und die Engel, die handeln entsprechend der Liebe Gottes, nicht entsprechend irgendeiner Furcht. Die Engel erfüllen nicht den Willen Gottes, weil sie Angst vor ihm haben. Sie sind nicht seine Sklaven. Sondern sie sind die Erweiterungen seiner Liebe. Wenn die Engel uns dienen, dann ist es die Liebe Gottes, die durch die Engel uns dient. Aber wenn jemand dann sagt, Joseph, warte mal eine Minute. Was ist dann mit den Erzengeln Gabriel und dem Erzengel Michael? Das ist doch eine Hierarchie. Und die Seraphim mit den sechs Flügeln. Und die Cherubim haben nur zwei Flügeln. Das sind doch Unterschiede. Diese Unterschiede gibt es nur für die Erde. Diesen Unterschied gibt es nur in der Beziehung zur Erde. Wenn die Engel auf die Erde kommen, dann müssen sie dementsprechend handeln, wie die Umstände auf der Erde sind. Die Erde muss organisiert sein. Die Erde muss eine Regierung haben. Deswegen sind alle Regierungen von Gott eingesetzt, sagt Römer 13. Aber wir können nicht diese irdische Regierung nehmen und können uns vorstellen, dass es im Himmel genauso ist. Nein, das geht nicht, weil die vollkommene Liebe alle Furcht austreibt. Das ist wie eine kleine Glocke in jedem Engel und diese Glocke ist die Liebe Gottes. Und wenn Gott etwas sagt, dann klingelt dieses Glöckchen und dann macht der Engel das. Wenn die Liebe Gottes kommt und sagt, geh zu Annemarie, dann geht es zu Annemarie. Die Engel fragen nicht, warum? Warum muss ich das machen? Die Liebe Gottes überwältigt sie einfach und dann machen sie das, was Gott sagt. Petrus sagt, die Engel sind, figurativ, die Engel sind, zu finden, was ist zwischen Mann und Gott, was ist so speziell da? Und das ist natürlich in Bildern gesprochen, aber Petrus beschreibt das so, dass die Engel gerne wissen möchten, was zwischen Gott und den Menschen vorgeht, weil sie, die Engel, sich das nicht vorstellen können. Was ist das so Besonderes in dieser Beziehung zwischen Gott und den Menschen? Weil wir einen Körper haben. Weil wir auf dieser Erde sind. Wir haben diese Erfahrung von Kälte, von Wärme, von Hunger, von Durst. Die Umstände und Unfälle. Die Engel im Himmel haben all das nicht. Wir werden älter, wir werden krank, wir müssen uns wieder erholen. Wir haben die Erdanziehungskraft. Und die Schmerzen bei der Kindesgeburt. Alle möglichen Sachen. Und aus diesem Grund liebt Gott uns so sehr. Stellt euch das mal vor. Er weiß nämlich, wodurch wir gehen müssen. Und wenn du sagst, Herr, hilf mir dabei, dann sagt Gott, ja, meine Engel sind schon unterwegs, dir zu helfen, aber du musst das überwinden. Dir wird nur geholfen, zu überwinden. Amen? Das ist unsere Aufgabe auf dieser Erde. Die Engel bringen also den guten Fisch zusammen, und den faulen oder die schlechten, die werden sie wegwerfen. Und viele dieser Gleichnisse führen eins zum nächsten. Und ich muss noch ein anderes erwähnen, obwohl es nicht das Thema ist. Ein Vater hat ein Fest ausgerichtet für seinen Sohn. Hochzeit, I think it was, ja. Möglicherweise war es eine Hochzeit. Und er hat eine Einladung an alle seine Freunde verschickt. Alle, die er kannte. Und ihr kennt, viele von ihnen gesagt, oh, ich habe gerade gewinnt, ich habe gerade eine Kuh gekauft, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, everybody ist busy, they were too busy to come to the feast. Und er kennt die Geschichte alle, der eine sagt, ich habe gerade geheiratet, der Nächste hat sich eine Kuh gekauft, keiner hatte Zeit, um zu dem Fest zu kommen. Und er war sehr zornig, deswegen. Und er fragte, was ist denn wichtiger als dieses Fest, was es nur einmal gibt? Ich sagte immer mal zu den Menschen, wer weiß, ob ich noch einmal wiederkomme, ich werde nicht immer hier in Österreich sein. Jetzt ist Gnade. Dass wir hier sitzen können und die Gnade Gottes durch dieses Gefäß aufnehmen können. Es ist alles nur zeitlich, aber es ist eine Saat. Der Vater war so zornig, dass er zu seinen Dienern gesagt hat, ihr geht jetzt und egal wo ihr hingeht auf die Wege und auf die Umwege und auf die Gassen, findet jeden, der Lust hat, zu dem Fest zu kommen. Wir müssen dieses Fest feiern. Der Tisch ist vorbereitet. Die Kerzen brennen schon und das Besteck liegt auf dem Tisch und das Essen steht da. Alles ist da, im Überfluss. Und er sagt, und sie gingen und sie haben Prostituten, Taxgatherer, Hormongers, Cheaters, Liars. Und dann sind die Diener gegangen und sie haben verschiedene Menschen gefunden. Prostituierte, Zuhälter, Steuereintreiber, Diebe, Lügner, Beggars, Bettler, Lame, Blind, Lahme, Blinde, Dirty, Stinky, Mutzige, Stinkende, All kinds of people. Alle möglichen Menschen. But before they could enter the feast, they had to put on feastal garments. Aber bevor all diese Menschen an dem Fest teilnehmen konnten, mussten sie Festgewänder anziehen. Eine andere Lehre gibt es noch über die Gewänder. Before you can put on white and new clothes for the feast, they had to wash themselves. Und bevor sie die neuen Festgewänder anlegen durften, mussten sie sich natürlich erst waschen. So they come, they were washed, they put on new clothes and the feast begins. Und dann kamen sie, frisch gewaschen, mit neuen Kleidern und das Fest konnte beginnen. And then later on comes the father. Und dann kam der Vater and he's happy. Und er ist glücklich. But then he sees there's one guy he's not properly clothed. Und dann sieht er einen und der ist nicht ordentlich gekleidet. und er geht zu diesem Mann hin und sagt Freund, wie bist du denn hier hereingekommen? He did not say anything you're evil, stinking, or something, or you're sinner, nothing like this. Und er hat nichts gesagt wie du stinkst oder du bist ein böser Mensch oder irgend so etwas. He didn't say you're a bad fish. Er hat nicht gesagt du bist ein schlechter Fisch. He didn't say you are the tail of an alligator. Er hat nicht gesagt du bist ein Schwanz von einem Krokodil. None of this. Nichts davon. It's the clothing that bothered him. Sondern es war die Kleidung die ihn gestört hat. And the man was speechless the Bible says. Und dann sagt die Bibel der Mann war sprachlos. How did he slip in? That's a mystery. Wie er da hineingekommen ist das ist ein Geheimnis. Viele Menschen haben verschiedene Interpretationen darüber. Ich habe meine eigene. Und dann sagt er bindet ihn und werft ihn hinaus in die Dunkelheit. Three things. A chamber filled with darkness. There will be weeping da wird es Weinen geben und Zähne knirschen. Und ich fragte Herr was bedeutet das? Und dann sagte er was ist dieses Zähne knirschen? Anger and hate. Das ist Zorn oder Ärger und Hass. People are sometimes so hateful that they gnash their teeth in sleep. manchmal sind Menschen so hasserfüllt dass sie mit den Zähnen knirschen während sie schlafen. They are like boiling volcanoes on the inside. Sie sind wie kochende Vulkane in sich. or they are angry or they are hateful or they are unresolved problems. Das ist wenn man zornig ärgerlich ist wenn man hasst oder wenn man ungelöste Probleme mit sich herumschleppt. Und wenn jemand in der Finsternis ist dann kommt all das heraus. Und nur um den Gegensatz mal herzustellen auf der einen Seite war dieses Fest wo es Licht wo es Musik gab wo es Schönes zu Essen gab festliche Kleider und auf der anderen Seite gebunden in der Finsternis. Ihr müsst euch das Wort merken gebunden. Und dann was bedeutet dieses Weinen? Das es einem leidtut dass man es bedauert. Es ist jetzt zu spät um es zu bedauern und umzukehren davon. Wenn man zurückschaut und sagt was habe ich nur gemacht ich habe das so falsch gemacht könnte ich das doch nur ändern. Aber das an sich ist schon die Hölle. Wenn du in deinem Hass und in deinem Ärger gebunden bist und wenn du dann mit diesem Bedauern gebunden bist und das Licht nicht mehr sehen kannst und ich sehe so viele gute Christen in der Kirche die genau so sind Aber erkennt folgendes sind die Freunde des Mannes nicht kamen nur die gewöhnlichen Menschen die normalen Menschen von der Straße die kamen in das Licht die kamen zum Fest alles was sie brauchten war dass sie sich waschen ließen und dass sie neue Kleider bekamen in Jesaja lesen wir er hat mir Gewänder der Gerechtigkeit gegeben Jesus hat uns mit Gewändern der Gerechtigkeit gekleidet wir haben sie nicht verdient aber wir haben erlaubt dass er uns damit bekleidet er sagt deine eigene Rechtschaffenheit ist ein schmutziges Gewand in Jesaja 1 heißt es komm und lasst uns miteinander der Rechten wenn deine Sünden blutrot sind sie werden weiß wie Schnee werden du wirst bekleidet werden mit Gewändern der Gerechtigkeit rein und heilig Gott hat die Macht das zu tun aber du musst seine Einladung annehmen der Mann der aufgetaucht ist hatte das nicht getan er wollte das Fest er wollte gut essen aber er hat seine Gebundenheit geliebt das ist ein Bild seiner eigenen Gebundenheit in der er schon war als er schon auf dem Fest war er hat schon den Zorn in sich gehabt mit den Zähnen geknirscht war in Dunkelheit und das ist das worum es in dem Gleichnis geht solange es dir gefällt was du da hast diese Gebundenheit dann behalt sie wenn du sie loslassen willst bleib darin deswegen haben wir dieses etwas schockierende Bild bringt ihn in die Dunkelheit und haltet ihn gebunden da ist nicht die Rede davon ob er an dieser Dunkelheit etwas zu essen oder zu trinken bekommen hat oder wie in einem anderen Gleichnis dass er zurückzahlen musste nichts steht da einfach nur in die Dunkelheit geworden Und daraus können wir schließen dass ein solcher Mensch gebunden ist schon dass er Hass und Ärger in sich hat dass er Bedauern in sich herum trägt und in Dunkelheit gebunden ist Ich bin das Licht der Welt weil Jesus in mir ist denn er ist das Licht der Welt ich bin sein Körper und wenn jemand zu mir kommt und mich hasst was soll ich daraus schließen dass jemand ins Licht kommt aber die Dunkelheit liebt und er möchte dieses Licht wegdrücken weil er in dem Licht sieht wer er selbst ist wenn jemand anders sich selbst nicht in meinem Licht was das Licht von Jesus sehen will und deswegen knirschen sie dann die Zähne sogar gegen mich weil du etwas von Josef Luxum willst aber es nicht bekommen kannst bis du diese Linie überschreitest herüberkommst solange bis du das nicht tust wirst du nur weinen und mit den Zähnen knirschen die Menschen lieben sich selbst die lieben ihre Gebundenheit und die Dunkelheit so sehr und hört genau zu dass die Wahrheit sie wirklich irritiert und deswegen hassen sie die Wahrheit dieses Wegwerfen des schlechten Fisches bedeutet nicht dass diese Fische an sich schlecht sind sondern dass sie anderen wehtun wir sind das Licht der Welt wie könnten wir jemandem anderes wehtun die Dunkelheit kann dich verletzen wenn du sehr schnell im Auto fährst in der Dunkelheit und dein Licht ausgeht das ist ganz logisch und was hast du dann weinen und Zähne knirschen und deswegen sind all diese Bilder sehr wichtig weil wir Gottes Kinder sind dann ist es nicht nur so dass er alles weiß sondern wir beginnen auch alles zu wissen wenn er sagt wer Ohren hat der höre die Söhne und Töchter wissen was in Gottes Herz ist und das macht das andere noch mehr mit den Zähnen knirschen die Propheten könnten nie die Gabe der Prophetie bekommen wenn sie nicht in die Liebe Gottes eingeschlossen wären sie würden durch ihre Gabe Menschen zerstören deswegen gibt es dieses Beispiel von Elisa er hatte die Gabe der Prophetie gerade bekommen er war gerade Prophet geworden und Gott hat ihn geprüft ein paar Kinder haben ihn verspottet er hatte einen kahlen Kopf und die kleinen Kinder da die 42 Kinder die haben geriefen hey du Kahlkopf komm doch mal her und er drehte sich um und verfluchte sie im Namen des Herrn und dann kamen zwei Bären aus dem Wald und haben die 42 Kinder getötet und dann später lesen wir in der Bibel dass er so etwas nie wieder getan hat so reichhaltig ist das Wort Gottes du musst sogar die ganze Bibel kennen um das Neue Testament und die Gleichnisse verstehen zu können also wissen wir was Gott weiß und dieses Wissen wurde uns gegeben weil er uns liebt und weil wir andere lieben Jesus sagt liebe deine Feinde und bete für die die dich verfolgen warum damit ihr Kinder Gottes seid versteht ihr was der Geist Gottes sagt ihr seid der himmlische Maßstab der Wahrheit wer mich schon einmal gehört hat ich werde mich noch einmal wiederholen als ich das letzte Mal nach Europa geflogen bin gestern Abend im Hotel haben wir Bibelkanal angeschaut und da war es dass ein Interview mit einem Mann gab und das Thema war wie kann man seine Feinde lieben und sie haben das und jenes erzählt und da sagte ich wie gesegnet bin ich dass ich das weiß was ich weiß sie sind im Fernsehen zu sehen aber sie haben keinen flassen Schimmer ich habe den Herrn gefragt im Flugzeug was bedeutet das er hat es mir erklärt zuerst einmal musst du dir die Frage stellen wer ist dein Feind und das sind einige die mich nicht mögen warum mögen sie dich nicht ich weiß es doch nicht ich bin doch ein Prediger der Gerechtigkeit warum sollen sie mich nicht mögen und dann kam ein kleines Gelächter deswegen weil sie krank sind dein Feind ist krank sie machen sich zu deinen Feinden weil ihre Seele krank ist sie wissen nicht selbst nicht warum sie nicht mögen oder hassen irgendetwas in ihrer Seele ist nicht in Ordnung wenn du sie liebst dann müssen sie in Kontakt mit dir kommen weil Liebe ohne Kontakt funktioniert nicht Du kannst erbarmen haben aus einer Entfernung aber eine Liebe braucht eine Verbindung so wenn sie zu dir kommen dann fängst du an sie zu heilen und so liebst du sie und sie können aber nicht nahe zu mir kommen außer wenn ich sie heilen kann no this is this is a Zitat from Isaiah which Jesus used he said no one can come to me unless it is given from the father to come to me they don't want to come to me so that I might heal them they hate me without a cause just like David said in his psalms they hated me without a cause without reason sie hassen mich ohne jeden Grund so wie David sagte in dem psalmen ohne jeden Grund hassen sie mich David war ein schöner oder ein guter Mann warum sollten sie ihn hassen sie hassten ihn weil er König war Jesus war zu weise zu populär zu gesalbt er war anders als jedes andere menschliche Wesen sie konnten nicht wie Jesus sein und deswegen sagt dass sie werden nicht zu mir kommen damit ich sie heilen kann und deswegen bleiben sie meine Feinde und trotzdem bete ich für sie und lege mein Leben für sie nieder ich habe ihnen meine Heilung angeboten aber sie wollen nicht geheilt werden sie lieben die Krankheit ihrer Seele sie haben also Vorurteile gegen mich sie wissen nicht warum sie hassen mich und sie wissen nicht warum habt ihr schon mal Menschen getroffen die so sind jeder hat irgendeinen Feind und ich garantiere die dieser Feind ist nicht im Himmel es ist nicht im geistlichen Bereich sondern auf dieser Erde unter uns und trotzdem können wir uns nur über eine Verbindung lieben Gemeinschaft all diese Gaben des Heiligen Geistes die es gibt Liebe Freude und so weiter die werden durch Kontakt ausgedrückt was wissen wir jetzt so that we know Gottes Liebe erliebt uns auf eine ganz besondere Weise und wir wissen wer für uns ist wer gegen uns ist wir wissen wer Sohn oder Tochter Gottes ist Johannes sagt wir wissen wer wer ist wer kommt und die Worte Gottes die Worte der Liebe hört der ist von Gott und andere hassen das und die die uns lieben die lieben wir auch Gott liebt uns auf eine ganz besondere Weise was passiert dann etwas Übernatürliches Bevor die übernatürliche Liebe das Natürliche ändern kann muss Raum dafür schaffen Liebe Freunde man kann Glauben nicht wachsen lassen weil wir haben keinen Glauben den wir wachsen lassen können sondern wir wissen Raum für seinen Glauben schaffen Denn Jesus sagte nicht wenn euer Glaube groß genug wäre dann könnt ihr die Berge versetzen Das waren die Worte seiner Jünger denn die wussten nicht worüber sie redeten sondern Jesus sagte wenn ihr Glauben einfach nur Glauben hättet die Gabe Gottes das ist eine der Gaben des Heiligen Geistes dann könntet ihr Berge bewegen und das ist wieder ein Gleichnis dass man Berge versetzen kann Jesus sagt wenn der Sohn des Menschen wieder kommt wird er Glauben finden auf der Erde was ist dieser Glaube das ist die Gabe Gottes ist ein Geist Gottes und wenn wir dafür keinen Raum schaffen dann ist da kein Wohnort kein Platz dafür da wir müssen den Glauben in uns Wohnung machen das ist eine kostbare Gabe Gottes ist das nicht wunderbar wir bereiten ihm einen Wohnort und wenn es die Notwendigkeit gibt dass wir Berge bewegen müssen dann werden wir das tun aber weil es seine Gabe ist es unter seiner Kontrolle wenn du deinen eigenen Glauben wachsen lassen könntest der Berge versetzt dann würden wir Gottes Schöpfung zerstören den Berg da mag ich nicht mach dich nach Afrika und was machen die Menschen in Afrika dann die lassen dann auch ihren Glauben wachsen und schicken den Berg wieder nach Österreich das wäre ein Chaos Hört ihr was der Geist Gottes sagt es muss einen ehrbaren Platz für den Glauben geben du musst ihm Zeit geben er kann nicht einfach eine Atombombe auf dich schmeißen und dich verbrennen damit und dich damit koscher machen durchs Feuer geläutert wenn du einen Fisch fängst und er ist koscher dann musst du ihn reinigen das ist nicht einfach nur so eine Bewegung sondern man braucht Zeit dazu du musst den Fisch lehren in reinigen Jesus sagte ihr seid rein wegen des Wortes das ich zu euch geredet habe und dann weiter sagt er heilige sie in der Wahrheit denn dein Wort ist die Wahrheit waschen und das ist waschen dass wir original werden beiseite gesetzt werden hey hey this is unclean this is unclean this is unclean das is unrein das wollen wir nicht aber das ist rein das ist unheilig da und wir gehen dorthin wo es heilig ist dass wir mit unserem Mund einen Bund schließen denn das was wir sagen ist ganz wichtig dass wir nicht unreine Dinge mit kostbaren Dingen mischen sondern sie trennen und dann wirst du mein Hund werden wer von euch möchte sein Mund sein halleluja das ist unsere Reise ich bin nur davon überrascht dass Menschen sich nicht beeilen mehr davon zu bekommen